einen wunderschönen guten abend da draußen hallöchen wie geht es euch hat macht die kunst zum berg fest wir machen es wie immer ich zunächst mal kippchen an und begrüße den wirklich sehr langen chat heute da werde ich sehr lange brauchen und danach starten werde ich wieder ein spiel ah diesmal reagiert auch beim abbrechen dann wechseln wir mal das bild jetzt ist ich wieder an der falschen stelle für das spiel war obwohl hier war es ja eigentlich egal ich war es immer im weg ob nun links oder unten rechts ja erst mal noch mal kicken hat das schon gemacht oder nicht zurück ja habe ich schon gemacht habe ich dann es ist jetzt im stream leider nicht die bessere bild qualität also nicht nicht so gravierend viel besser wie sonst aber dann auf youtube auf jeden fall weil ich nehme jetzt direkt auch auf und das wird ein himmelweiter unterschied und vor allem die kamera verkrisselt dann auch nicht mehr in der aufnahme so wo waren wir denn stehen geblieben hier damals vor einem monat ach der tote schmielsohn zweite patrouille hätten wir dann noch und renoviere die kirche ach stimmt das hatte ich doch noch nicht fertig gemacht ich dachte ich war schon durch mit der kirche aber stimmt da weiß doch noch nicht wie viele klete habe ich denn moment hier inventar 1000 wow gut ja nein verdammt märkte krieg eins und zwei hat man noch gelesen beim letzten mal einbeeren dabei geständnis des ketzers immer noch was so wir haben wieder nicht sortiert ach ich habe noch waffen übrig okay stimmt die hatten schon wieder alle knete mehr den ich den den die bogen hätte verkaufen können huch nein doch noch eine silberkette und noch verzierte stiefel okay nach unten klimbims und noch ein pelz höchstens wo sind wir denn gerade ich glaube in sasa oder gar nicht völlig andere richtung alles klar hier gibt es wieder zwei aktivität moment zwei vor dem wirtshaus ist die tante wieder da auch einfach mal hin ich würde dann sowieso gerne wieder erstmal nach thallenberg gehen gucken ob ich da noch was verhökern kann jetzt geht das viel schneller als früher wtf hindernis spähen das ist doch nicht alt komm her großer komm her nein zu mir sonst stehst du mir immer im weg du bleibst jetzt mal so mein schild haben wir wieder nicht äh ausrüsten gut wo hocken sie denn auf der anderen seite auf jeden fall naja ist gut obwohl er hat gar nicht geklefft er hätte eigentlich klonen und kläffen müssen wenn feinde in der nähe sind nick grüß dich wie klein die welt da ist ne ja der einzigpartig und ich wir sind äh streaming kollegen seit ein paar jährchen haben auch schon mehrere projekte zusammen durchgemacht uns gegenseitig ertragen dabei sind denn die typen hm hm was da hinten oh zwei typen einer mit stangenwaffe okay der hat es aber eigentlich gehabt hier was achso das war der typ mit dem aua ja mit der schlangenwaffe ist okay alter beruhige dich okay rückzug erst mal wieder reinkommen ne erster kampf nach einem monat und dann gleich solche leute hier gut hätte ich denn vorher wusste hätte ich gleich einen streit kommen ausgerüstet ja gut die welt nicht aber twitch wie vorhin schon erwähnt naja die welt ist doch twitch oder nicht gibt doch keine andere welt außerhalb von twitch neuer versuch warte mal äh diesmal gleich den schild auch wieder ausrüsten das ist natürlich die frage ob die jetzt wieder da sind die typen oder ob was anderes passiert bin mal gespannt ob das wirklich jetzt die tante ist von damals die mir eigentlich noch geld schuldet warum ist die dazu mega schnell oh ok ne sie ist es nicht fritz hat ne quest ok ja nein doch äh was mir aber auffällt die soundsettings haben sich umgestellt die soundsettings haben sich umgestellt komisch wieso wird mir gezeigt dass fritz ne mission hätte ne quest hätte ist hier ein questgeber drin hat er sich versteckt das war mal eine echt habe ich was falsch gemacht ne ne komm halt miss miri hallöchen hä da steht questgeber ne so opa so questgeber 1 questgeber 2 ach 1 2 faustkampfübung ach komm warum nicht ach so bezahltechnisch ne ach ne verstehe ich nicht so aber er hier der andreas der wird wahrscheinlich wieder wildfleisch haben wollen da ist er grüß dich wie steht's gibt es nichts womit wir nicht fertig werden oh ja miss miri das spiel ist definitiv extrem spielenswert alles gute okay es sind zwar questgeber aber sie haben keine aktive quest okay ist jetzt immer ein lass mich lügen 60. stream davon aber ich hab's vorher immer bis jeden zweiten freitag streamt jetzt ist immer jeden mittwoch oh und bin total in dieses spiel verliebt eigentlich so ja gut ich wollte nach thallenberg ne schöner reinfall gewesen so eine sache würde ich sehr gerne am nächsten ingame tag nochmal bei dem übungsplatz üben und zwar wie man kombinationen macht also kombos bestenfalls mit dem langschwert aber vorher gucke ich mal ob der jäger wieder geld hat damit ich ihm den bogen verkaufen kann und dann noch halskette und stiefel beim schneider warte jäger war ein bisschen weiter vorne hier ist der jäger so ach click und miri kennen sich auch ja möge gott ihr gesundheit so handel verkaufen waffen wie viel geld hat er wieder 200 naja schluck auf warte mal da kann ich ihm noch die silberkette geben obwohl ne quatsch ich geb ihn des hasenpelz so was würde die kette normalerweise bringen wenn ich sie wiederfinden sollte nochmal 61 zu viel okay dann so falschen so so was immer noch nicht komm schon boah oh waschen gute idee äh ne nicht darin waschen darin auch nicht haben wir Hunger mh geht noch geht noch was du denn du sollst dich aufsetzen so ja dann jetzt runter zum schneider dem noch die silberkette und die verzierten stiefeln die hand drücken ja und dann endlich mal wieder zu theresa die hat im monat nicht mehr gesehen also ingame nicht aber in real life sozusagen ja dann würde ich sagen ja dann würde ich sagen nächsten ingame tag nochmal übungskämpfe machen mit äh kombinationen machen also komboschläge nein okay ab zu theresa und dann noch nicht mehr aber Aber gut, wir könnten wieder ein bisschen skinnen, ne? Wir könnten wieder ein bisschen skinnen. Passt auf, wir gehen jetzt zu Theresa. Versuchen mal zu gucken, ob sie bei dem schönen schottischen Wetter mit uns einen Spaziergang machen möchte. Wenn ich dann schlafen will, wenigstens ein paar Stündchen. Und dann schleichen wir uns wieder irgendwo ein bisschen rein. Auch wenn ich noch nicht alle Türen aufbekomme und alle tun. Will ich wenigstens wieder ein bisschen skinnen. Da drüben war ich übrigens noch nie drin, ne? Können wir mal da? Nicht, dass ich da jetzt riesen Schätze erwarte, aber... Hier beim Badehaus waren wir schon drin. Beim Gerber waren wir schon drin. Beim Müller selbst kriege ich noch nicht die entscheidende Tür auf. Dafür brauche ich ja erstmal Level 15. Hallo! Nicht aber nicht. Den magst du am liebsten nicht, wa? Ratterschnapps! Oh, in der Tat. Habtank. Dreimal wieder. Oh, die ist so... Die ist so gut, ne? Ah, spazieren? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Bei dem Wetter? Ja. Gehen wir lieber ein andermal, ja? Nein! Jetzt! Mann! Ach ja, die geht ja nicht automatisch auf. Ist ja kein Medical Dynasty. War das bei Medical Dynasty, wo die automatisch aufging? Ne. Doch? Ne? Ne, doch? Ach, egal. Schlafen und speichern. Machen wir aber bis Mitternacht. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Energie zurück. Auch wenn ich schon fast voll bin. Aber dann schnabulieren wir da schnell was aus dem Topf. Da müsste ja wieder was drin sein. Und dann hoch. Zu dem Haus. Den Häusern. Das sind ja eigentlich eine Scheune und ein Haus. Es geht so viel schneller jetzt. Es lag wirklich am PC, dass es so ewig gedauert hat damals. Krass! So. Sollte ja wohl klar gehen. Aber so weit von. So. Luke auf. Luke auf. Was hat halt wieder vergessen vom Schlafen gehen? Mit lauter Zeugs ausziehen. Aber hier kann ich auch gleich drüben machen. Warte mal. Du bleibst diesmal gleich hier. Warte hier auf mich. Bleib. So. Dann ali hopp. Matthias. Grüß dich mein Lieber. Moin. Wie geht's dir stets? So. Wo waren die Bumshütte jetzt? Ja. Äh. Bitte nicht falsch versteht das Wort. Langsam mal, Frau Badehausmeisterin. Sie wissen schon, dass Sie nachts eigentlich eine Fackel tragen müssen. Ich glaube, die schlafwandelt. Müsste ja dann gleich hier irgendwo rechts sein, ne? Aber was sich nicht geändert hat, trotz besserer Grafik, die Leuchteohren vom Binky. So, einmal runter. Mal hierhin stellen und die Klapperzeugs ausziehen. bei der Gute ist ja schon mal, dass der Regen unsere Schritte übertönt. Und... So, Fackel weg. Ach ja, und da war ja was, ne? Beerdigung heute gehabt. Ich bin, glaube, jetzt nach drei Tagen Beerdigung. während der letzten neun Monate bedient. Und das war mindestens 100. Ja, das glaube ich dir, mein Lieber. Und herzlichst das Ballett nochmal nachträglich, ne? So. Ja, wenn das mal nicht verdächtig aussieht. Ist hier ein Schatz? Moment, hier war was in der Beinwell. Okay. Ja, okay. So, nochmal reinlucken. So, so viel zu dem Thema. Einfach mal nichts sehe sonst. Nur mal gucken, ob es hier ein paar Kisten zum Knacken gibt. Kann man den Hund eigentlich auch betäuben? Offensichtlich nicht. Aber ich bin so leise, dass er mich gar nicht mitbekommt. Auch cool. Ist schon entriegelt. Stimmt, den hatten wir noch gelernt, den Skill. Leichte Schlösser automatisch zu knacken. So, normalerweise, normalerweise, wenn drin kommt es rechts, Schlafsaal, ne? Entriegelt. Mietwein, Brandwein. Nein, nicht schließen. Oh, ich dachte, da steht stehlen. Dammit. Dann hier wieder zu machen. Das könnte ein zweites Schlafzimmer sein. Das hatten wir auch schon gesehen in einigen Hütten. Ist es aber nicht, sondern stattdessen ist hier was zum Skillen. Oh. Schon entriegelt. Ja, gut. Ähm. Oh. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Okay. Dann heißt es jetzt noch Schlafsaal. Gucken, ob da ne Truhe steht. Okay. Nope. Okay. Ab nach Thallenberg. Da kennen wir ja schon unsere Orte. So. Jetzt wird der Köter wach? Hm. Okay. Komm schon. Du warst da mit dir. Nein. So. Und dann da. Oi. Aber ich seh grad Binkys Mähne. Ist auf einmal so richtig tiefschwarz. Nicht mal so bräunlich. Schön. Apropos tiefschwarz ist es jetzt irgendwie noch dunkler als früher, habe ich das Gefühl. Auf dem alten Rechner. Muss ich vielleicht doch noch ein kleines bisschen die Helligkeit höher drehen. Früher habe ich auch ohne Fackel wenigstens noch die Umrisse erkannt. Jetzt gar nichts mehr, ne? Moin. What? Wo bist du denn? Behran. Mensch. Bist du ja immer noch Babus. Huch. Dir haben ja Haare auf dem Kopf. Nicht neu. Okay. Jetzt hör doch mal auf. Ha. Neue Tastatur. Muss man sich dran gewöhnen, ne? Ja. 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 So. Stellen wir Binky mal hier ab. Allihopp. So. Hier machen wir einfach schon mal das Prinzip zu. Ach. Dann war ja hier keine Truhe. Hier war muss der Archimie Tisch. Genau. Aber hier haben wir was zum Klingelacken tun. Was wiederum auch Skates bringen kann. Jo. Das gab auch Skates. Da war ja draußen noch am Stall einer. Aber ich glaube die war sehr leicht, ne? Da könnten wir mal gucken, ob sehr leichte jetzt wenigstens auch Erfahrungspunkte immer noch bringen. Zu kompliziert. Oh, come on. Warte mal. Achso. Ach, die Hütte war das. Okay. Okay, okay, okay. 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 So. Ne, hier war das nicht. Aber ich glaube da ist eine, oder? Ne, doch nicht. Ah, aber da. Haha. Ist das hier wo ich meinte? Ich glaube nicht. Na gut. Entriegelt. Und Meister der Schlösser bekommen. Hä? Achso. Ach, ach. Verwendet. Ja, okay. Müsst du mal gucken bei der nächsten leichten Tour. 347 haben wir jetzt. Ach, hier sind wir wieder mal. 347. Ob es hier auch andere Diebe gibt? Achso, gut. Die ist wieder schwer. Also muss ich gleich bei der nächsten leichten wieder gucken. Ja, wir kennen das Spielchen. Ich glaube hier war dann bloß nach oben eine Tour. Aber da schläft er auch. Ist ja ein Weichen her, ne? Ist ja ein Weichen her. Da wollen wir trotzdem klacken. Auch wenn wir den Schlüssel haben. Wir wollen erst gehen. Uh. Na? Na? Die ist einfach schon offen. Alles klar. War da noch eine Truhe? Ne, aber da hinten war noch der Raum. Ah. Das endet bloß wieder tödlich, Robin. Das endet bloß wieder tödlich. Hier ist denn den nächsten Raum am besten. Wo war der nochmal? Hä? Da hinten, wa? Ja. Ich weiß bloß nicht mehr, wo die Wachen waren. Bist du eine leichte? Ja. Ja. Also nochmal Lucky Cookie machen. Hier. 384. Automatisch entriegelt. Ja. Man geht damit noch. Wunderbar. Die haben wir offensichtlich noch nie geklackt. Und ich dachte, wir waren hier schon. Äh. Äh. Moment. Das stand gerade sehr leicht. Und die ist nicht automatisch. Okay. Schlösserknacken gelevelt. Sehr schön. Also jetzt noch zwei Level. Dann können wir endlich alle knacken. Äh. Wo ist er denn? Da. So. Ja gut. Wird sich bestimmt so richtig lohnen. Obwohl. Vielleicht haben sie Operetta Schnaps liegen. So ein kleines Geheimversteck an Schnaps. Äh. Äh. Gut. Doch nicht. Sekunde. Die Betten sind einfach mal leer. Sehr schweres, was ich knacken darf. Sehr schön. Und was ist drin? Ah. Toll. Na gut. Ah. Ich geh zuerst unten gucken. Unten ist mich der Laden. Und da könnte eventuell was Schönes dabei sein. Aber. Welcher Laden ist das? Hm. Das ist kein, äh, 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 äh. Normaler Laden im Sinne von, äh. Wo der Bäcker? Aber dann fehlt doch der Ofen. Und die Verkaufsfläche. Warte mal Leute. Ich seh grad. Ich hab hier ständig so ein Flimmern. So ein Flirn. Äh. Wieso darf ich denn hier nichts umstellen? So. Ah. Jetzt ist es weg. Ihr habt es nicht gesehen. Aber ich hab es gesehen. Also es war auf meinem Monitor. Wieso. Wieso? Oh. War was? Nee, ne? Warte mal, wer bist du jetzt nochmal? Einfaches Haus. Stark bewacht auf jeden Fall schon mal. Kachelofen. Oben jetzt drin. Seite jetzt drin. Hinten. Nur ich. Wo bist du denn überhaupt? Warte denn, wo bist du denn? Hi. Ich. Und jetzt? Es war warm. Und ich fühl mich sicher hier in Timeback, da brauch ich keine Rüstung. Leute, was mit dem Rauch nicht nach sowieso ungesund und teuer? Leute, ich hab mir extra Emot dafür. Hm? Hey. Hm. Was ist los mit dir? Derselbe fragt mich gerade von dir. Was soll das werden? Und schon geht er wieder. So, hier haben wir schon mal keine Kiste. Noch eine Tür wäre ein bisschen komisch, ne? Außer hinten vielleicht, aber da war keine. Hier ist ja wieder offiziell der Wehrgang. Also, da oben. Oh. Ah. Ah, ist gerade ums Eck. Oh, was? Die muss ich trotzdem noch manuell aufsperren. Wart mal, kann es sein? Dass ich den Skill falsch verstanden habe? Dass der nur für Tun und nicht für Türen ist? Nee, einfache Schlösser steht da. Hm. Na gut. Ah, entriegelt. Toll. Nein, von außen. Och, Junge. Na gut. Rüppelkammer. Das wiederum könnte das Bäckershaus sein. Oh, doch nicht. Ah. Ja gut, Schafsleder nehme ich mal doch mit. Ach, habe ich vorhin in der Eintruhe liegen lassen. Schafsleder bringt ja doch einiges an Knete. Dafür, dass es für lau ist. Schläft ein Wächter. Und hier ist eine sehr schwere Truhe. Hier ist eine sehr schwere Truhe. Da ist noch so ein Plunder. Alter, dieser Typ, ne? Wir schleichen uns hier durch. Da schläft ein Wächter. Und was, hat Heinrich mit der Truhe? Mit der Tür? Äh, mit der Klappe? Bam! Da ist noch eine Truhe direkt neben ihm. Wird schon, warte, wird schon hell? Was? Ja, bitte hier doch. Diese Tür. Bumm! Er wird sucht, kleiner Ding. Noch ein paar Leute. Das ist noch eine schwere Truhe. Na gut. Raus hier. Ah, stimmt. Gedrücktheiten bei der Hund. Okay. Gut. Naja, immerhin. Immerhin. Danke dir, Gaffa. Ach stimmt, ich hatte ja Silberkette und nicht Heizkette. So. Na, den. Was sagt der NRG? 93. Ähm. Was war das gerade? Ihr habt das auch gesehen, oder? Das Bild flackern. Hm. Gut, äh, ja, ähm. Ja, doch. Bringen wir es. Die Ausleihware. Bringen wir die erstmal in die Kiste, oder generell erstmal rüber zum Müller. Ich glaube, ich verkaufe ihm sogar das bisschen, was wir jetzt da im Obstum haben. Außer die Bücher. Die Bücher, da gleiche ich wieder ab, bevor sie die schon haben, oder nicht. Kann man auch mal ein, zwei Stündchen schlafen, um das zu speichern. Dann hoch zum Bernhard. Bernhard? Bernhard, ja. Oder? Hm. So. Oh, Anja, komm. Schön, dass es einfach aussieht mit dem Licht jetzt. Ach, schön. Neo. Moin. Genau das Richtige zum Stress loswerden. Ja. Definitiv. Hab dich vorhin noch dankend erwähnt, weil du ja so nett warst und mir die ungefähren Orte der Karten verraten hast. Genau, hier hab ich nämlich eigentlich Bücher drin. Dann schmeiß ich jetzt erstmal alle Bücher, die ich habe, da rein. Was dann doppelt ist, kann dann wieder verkauft werden. Plus das, was ich schon gelesen habe. Aber ich hab da jetzt noch keine Schatzkarte angefangen, Neo. Hab, äh. Erstmal wieder festgestellt, dass ich bei Schnellreise auch gerne mal auf die Fresse bekomme. Auch wenn es nur zwei Leute sind. Danach festgestellt, dass Questgeber nicht, äh, äh, ja doch, Questgeber nicht immer gleich diejenigen, welchen sind, dass da auch wirklich Quests sind. Äh. Und jetzt gerade eben wieder ein bisschen gesgilt. Schösser klacken. Haben wir jetzt da auf Level 13, glaub ich? Also fehlt nicht mehr viel. Fehlt nicht mehr viel und wir können endlich richtig loslegen damit. So, das hier ist doppelt. Nehmen wir eins davon. Ich hab falsch geguckt. Moment. Wie ist Anzahl, Robin? Ich hab mich gerade gewundert, warum ich jetzt so vier Paar edle Stiefel habe. Aber gut. Jetzt fiese ist das ein Schreiberling. Leider gar nicht so viel gibt. Ach, guck mal einer. Schau, warte mal. Hier hab ich ja noch ein paar. Warte. Ich werd mal eintragen. Weisste Tastatur, Robin. Ah, ich bin hier bloß geblättert. Okay. So. Ach, guck mal einer. Schau, hier kommt noch so ein. So, ich wollt trotzdem gleich noch mal ne schlaue Liste eintragen. So. Karte. Und Schatz geborgen. Geborgen. Also. The 4. The 4. Haben wir. Schatz geborgen. Noch nicht. Warte mal. Machen wir hier bitte rechtsbündig. Geht nicht. Lassen wir das. Ach so. Ich hab gar nicht rüber getrappt. Deswegen. Ach. Sekunde, Leute. Geht gleich weiter. Geht nicht jetzt nicht. Doch. Geht. So. Dann. The 12. The 12. Haben wir. The Karte. Und den Schatz. The 17. The 17. Haben wir auch the Karte. Und the Schatz. Und the 20. Aber nur the Karte. Dann haben wir noch ein paar mehr. Ich glaube die 1. Haben wir ja direkt schon mal am Anfang bekommen. Möchte ich meinen. Was hat Neo geschrieben gehabt? Müllerhaus zwischen Sasa und dem Kloster. Und Lidechko in einer Kiste. Also. Teresas Haus. Nee. 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 Doch nicht. Nee. So. Aber ich hab auch Gutes. Äh. Zu berichten. Mein Schlüsselbein. Vom Mountainbikeunfall. Ist komplett ausgeheilt. Sehr schön. Mach keine Probleme. Und ich verdiene mit dem kleinen Nebenjob. Endlich ein bisschen eigenes Geld. Ja super. Ja. Dann Glückwunsch. Okay. Aber wir hatten auf jeden Fall nochmal 4, 5 andere Karten. Laut meiner Erinnerung. Die wir schon gefunden und gleich weiterverkauft hatten. Das nehme ich jetzt auch mal mit hier. Das hemmt nicht von der Lallye. Ach nein Robin. Jetzt hast du dir Sachen reingepackt. Hier an Rüstung. Die du eigentlich. Für. Was habe ich jetzt gemacht? Alter. Für. 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 Ein Dingens behalten wolltest. Für. Ein Bankett oder sowas. Das muss erstmal weggelegt werden. Das ist mich. Leider noch. Gebranntmarkt. So. Jetzt muss ich ja mal gucken. Habe ich hier wirklich ein Rüstungsteil zu viel? Ja. Das ist meins. Bin ich jetzt total blöde? Ach das sind die Kettenbeinlinge. Ich habe nur vergessen das letzte Rüstungsteil anzulegen. Okay. So jetzt nochmal kurz ein, zwei Stündchen schlafen. Und dann machen wir bis um zehn. Dann machen wir auch die Läden auf. Verkaufen wir noch schnell den Rest. Dann gehen wir einen Retterschnaps trinken bei Hauptmann Bernhardt. Und machen nochmal Kombo-Angriffe als Übung. Die Spätambad. Ja okay. Ein bisschen getrödelt wieder. Bin es mal gewohnt, dass wir Open End machen können. Aber heute ist leider schon geplant. 23 Uhr Schluss. Weil morgen muss ich wieder früh raus. Warte. Hat er Hunger? Nein. Nicht wirklich. Aber der Hund. Ach so. Mensch. Warte. Ich wollte doch. Ja. Warte. 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 Stimmt ja. Ich wollte ja diesmal gleich beim Müller verkaufen. Wo ist denn jetzt das Gemobste? Hier ist das Gemobste. So. Warte. 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 Nein. Kein Turnierwetten. Dingsbums. Grüß dich. Hi. Hier. Ich habe hier Dingsbums. Einmal hier die Heizkette. Wie viel Geld hast du? 7000. Die hätte ich auch gerne. Und noch die zweite Silberkette. Und die verzierten Stiefel. Woran ich mich nur alle Langschläfer gewöhnen muss ist, dass ich 6 Uhr aufstehen muss, damit ich um 7 pünktlich auf der Arbeit bin. Ja. Da muss man sich natürlich gewöhnen. Ja. Aber ich kann dir auch versichern, selbst wenn du dich dann daran gewöhnt hast, ist ein einziges Wochenende dazwischen und dann musst du dich wieder dran gewöhnen. So ging es mir zumindest. So. Das kannst du haben, auch wenn es normalerweise 25 gebracht hätte. Kannst du haben. Das hoch. Das hoch. Das hoch. Das hoch. Gut. Was hast du da, was ich brauchen könnte? Die habe ich definitiv schon. Das ist... Ach, die habe ich sogar gerade eben noch eingetragen. Okay. Gut. Der hat die jedes Mal da, ne? Cookie. Grüß dich. Na? Wie geht's dir? Und ja, du siehst richtig. Mittwoch. Nun. Ab jetzt jeden Mittwoch. Wenn du Bock und Zeit hast. Oh, komm. Ist das genug? Aufsichtsblick habe ich jetzt noch irgendwas in der Tasche, was da nicht drin gehört, wenn ich in die Stadt gehe. Warte, ich bin dabei Sonstiges. So. Mal schnell durchscrollen, ob noch irgendwas rot markiert ist. Nö. Ich habe aber noch ein paar Ohren zu verkaufen, wie ich gesehen habe, weil letztes Mal war ich ja doch wieder ein bisschen eingeliebt, was Verprügeln anging. Banditen und Coman. Kafka, grüß dich. Moin. Voll überlesen. Sorry. Und danke für den Shoutout. Manchmal muss ich auch am Wochenende auf der Arbeit die Pferde erkennen. Leider kein Wochenende. Ja, okay. Das ist natürlich klar. Sag mal, Kumpel, ich habe was zu essen für dich. Jo. Ich habe eine Räucherwurst. Komm mal her, Großer. Ah, füttern. Da. Hau rein, Großer. Lass es dir schmecken. Nein, ich will keine Wette machen. Bist du gerade durch mein Pferd gelaufen? Der Typ, ey. So. Und loben. Genauso wie auch gerade die Mods gelobt wurden. Wunderbar. Und genau in dem Moment auch nach Hunde... Wunderbar. Wenn ich Lust hätte, würde ich dich darauf ansprechen. Du dich doch von Menschen fern, du blöder Sack. Ja. Vorsicht. So. Gehen wir uns mal verprügeln lassen. Beziehungsweise eigentlich nicht. Den Bernhard haben wir schon oft immer noch selbst besiegt. Ja. Aber so haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Geld für Reparatur und zur Not auch Heilung. Falls das jetzt mit dem Kombos erlernen doch ein bisschen zu doof wird. Ja. Ja. Mira, mach's gut, meine Liebe. Dann antworte dem Bettchen mal ganz lieb von mir. Antwort? Äh, was? Okay. Ich glaub, mein Bett ruft auch. Grüß dein Bettchen ganz lieb von mir, wollte ich sagen. Ah. Ah. So. Na, Cookie, wie sieht's aus bei dir? Jeden Mittwoch? Ja? Nein? Vielleicht? Willst du den Status zurück? So. Tag hier, ein junger Meister. Speichern. Da. Da. Okay. Fortsetzen. Reden. Gespräch beenden. War schön mit dir. Tschüss. Nee, ich hab was vergessen nachzugucken. Äh, Kampf. Schwert. Mitte, links, unten, rechts. Ah nee, das ist Kurz und Säbel. Moment. Hm. Oh, okay. Das sollte ich doch hinkriegen, oder? Unten links stichstich. Unten links stichstich. Alter, wie die Haare jetzt aussehen. Und sag mal, Binky, hast du nicht eben doch volle schwarze Haare gehabt? Ich weiß nicht, ob ich je Mittwoch vorbeischauen kann, bin jetzt gerade. Nur hier, da ich dringend eine Ablenkung brauche. Okay. Na, überleg es dir, Großer. Überleg es dir. Ähm. Kombos erlernen. Wenn du deinen Gegner ernsthaft verletzen willst, bringt dir reines Rumpfhubbeln ab. Jetzt geht es endlich lauter. Ah. Warte mal. Ich dachte, ich soll angreifen. Ich schlage von oben zu, dann von der Seite, und dann tue ich so, als würde ich von unten angreifen. Aber ich drehe das Schwert und schlage dich mit der anderen Seite. Noch einmal. Los. Ah. Warum darf ich... Ich darf nicht mal blocken. Versuch es. Schlag von oben zu, dann von rechts, dann von unten. Die Schläge müssen schnell aufeinander erfolgen. Sobald du triffst, setzt du schon zum nächsten an. Du musst dich genau an die Reihenfolge halten, sonst klappt es nicht. Schlag von oben zu, dann von rechts, dann von unten. Los. Oben, rechts, unten. Nein, nein, nein. Du musst dreimal zuschlagen. Dreimal. Genau. Versuch es nochmal. Ja, Teil nicht verpasst. Versuch im Rhythmus zu bleiben. Wenn du triffst, wechsle die Angriffszone und schlag sofort wieder zu. Nicht aufhören. Genau. Versuch es nochmal. Gut, gut. Du kannst ähnliche Techniken mit jeder Waffe erlernen. Über oft und ausgiebig. Ich habe... Zeig her. Sehr schön. Voll vergessen, ne? Äh, ja, Cookie, es reicht doch, wenn du es einmal schreibst. Hast vor drei Minuten schon das gleiche geschrieben. Ich habe ja gesagt, äh, ist okay, überleg es dir einfach. Äh, ne, dann machen wir mit echten Waffen. Aber mit richtigen Waffen. Da, mit... Lass uns anfangen. Oh, Bastard-Schiff. So. Achso, jetzt darf ich wieder nicht reingucken. Verdammt, ich habe die Kombo veressen, Leute. Okay. So, warte. So, so, so. Ah, er hat gekontert. Okay, ja, ist okay, Junge. So, guck mal, kann ich auch. So, Habe, gucke. So, mitten in uns die Mächt. Der Koffer von unten. Aua, Aua. Aua, Flucht. Aua, Spam bringt nichts. Ja, kannst du mal sehen, du. So. Okay. Ei. Okay. Komm mal her, Großer. Komm mal her. So, knutsch der Wand. Oh, du Sack. Warum der da so was nicht wenigstens kurz betäubt ist, verstehe ich auch nicht, ne? Also, so ein bisschen Taumelt und so. Was? Ah, geht doch. So, Stärke. Mit Spezialisierung. Immerhin. Wo kam der denn jetzt her? Ja, von rechts hab's gesehen. Selber. Und nein, danke. Hab schon den gegessen. Warum hab ich daraus jetzt keine Kombo gemacht? Oh Gott. Ei, was? Au, ja. So. Und? Wie kaputt sind wir? Wir brauchen eine Reparatur. Okay. Gut. Dann mit dem Thema Kombos. Also, die, die, die richtigen Fertigkeiten-Kombos. Das lassen wir dann mal. Ich hab gehofft, jetzt mit den besseren Skills und so Abbruskel, dass das Zeitfenster, wo ich das drücken muss, jetzt deutlich höher ist. Aber gefühlt ist es das nicht. So, Wildschwein oder furchterregend? Ne, ich werde nicht, dass sie weglaufen. Okay. Aber sag mal, wie mach ich das mit dem Spurten im Kampf? Und wie hab ich das noch nicht so richtig... Das geht, glaub ich, nur, wenn ich niemanden anvisiere, ne? Oder? Hab ich auch schon ein paar Mal gefragt und ein paar haben's, glaub ich, schon beantwortet, aber ich hab's wieder vergessen. Hui! Upp. Brot! Brot! Karotten, ein Genuss für euch und die Familie. Zwiebeln scharf wie ein Schwert und Knoblauch, der böse Geister vertreibt. Grüß Gott. Hm, reparieren bitte. Nein, Quatsch! Ich hab noch ein Reparaturset. Moment. Ist mir gerade noch eingefallen. So. Hat die anderen Pinky? Ja, die Fackel, die ich schon vor drei Jahren getlaut habe, gilt immer noch als gestohlen. Natürlich. Reparaturset. Ja, Pinky hat die anderen. Mit dem Sprinten weiß ich zurzeit leider nicht. Okay. Neo, du vielleicht? Falls Neo gerade noch aktiv da ist. Es hat noch nicht erreicht. Ich glaube, ich werde das alle verbrauchen, wenn es so weitergeht. Ja, ja. Viel habe ich ja nicht mehr. So, so. Und gelevelt. Reparieren. Sehr schön. So. Ah ja, Schlösser klackt 13,5 fast. Okay. Kampf, Schwert, nur 17. Ja, gut. Skillmäßig bringt es mir nichts mehr voran. Aber. Äh. Fertigkeitenmäßig bringt es mir nicht mehr voran. Nur noch skillmäßig. Im Sinne von, ähm. Ja, hör mal. Es geht, desto besser kämpfen war, ne? Jetzt eine der wenigen Dinge, die ich nicht weiß. Äh. Ich selbst nie genutzt habe. Okay. Okay.